Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch, wollte ich eigentlich sagen. Wir hatten das letzte Mal gar nicht das Highlight noch angeguckt. Mit Watchpoint, mit Diva hatten wir sogar ein Highlight bekommen eigentlich. Das wurde zwar leider nicht ausgewählt, aber ich lade das euch mal noch und wir schauen uns das mal noch an. Einfach, weil es mich interessiert. Und ich will gleich noch was mit dem Ton gucken und dann könnten wir eigentlich nochmal diesen Brawl spielen, weil ich den einfach ziemlich witzig fand. Und ich mir den nochmal genauer angucken möchte. Es ist auf jeden Fall cool, um die Charakter kennenzulernen, weil man ist ja gezwungen, den Charakter zu spielen und gibt nicht so schnell auf. Und, ach mal, ach wo ich da hochgegangen bin und einfach so von hinten auf den Rand habe. Und, ah, ja okay, ja das war schon cool. So ein bisschen, nicht so cool wie vielleicht bei den anderen, aber es war schon cool. Ja, das mag ich immer, dieses Highlight des Spiels. Vielleicht schaffe ich auch irgendwann mal ein Highlight des Spiels im Video. Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ähm, ich will auf jeden Fall nochmal bei Audio etwas gucken. Und zwar die Helden-Lautstärke im Spiel. Ich will gerne mal lieber diese Lautstärke runter machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Ähm, ich bin auf 85. Äh! Ähm, dass die Helden so laut wie möglich sind, weil die sind schon ziemlich cool, was sie manchmal so sagen. Und dann gehen wir noch mal in Brawl der Woche. Gucken nochmal, wie wir werden. Ähm, ähm. Ich hoffe nicht gleich wieder Reaper. Oh man, das wird cool. Und ich hoffe, wie gesagt, meine Maus hört man nicht so sehr. Ja, aber meine Maus ist nun mal unter dem Mikrofonarm. Und das wird leider, äh, nicht so sein, dass man es wahrscheinlich gar nicht hört. Ähm. Weil ich einfach wie so eine Wilde auf dieser Maus rumklicken werde. Ähm. Ähm, aber ich gebe mein Bestes, nicht zu übertreiben. Ich versuch's jedenfalls. So. Gut. Sonst kann ich bis jetzt eigentlich nur sagen, ich bin von Overwatch sehr begeistert. Also ich mag's auf jeden Fall. Ich kann mir auch vorstellen, mehr zu spielen. Das hab ich aber, glaub ich, schon in der letzten Folge gesagt. Und ich hab auch gesagt, dass ich mir vorstellen kann, also ich werd's mir definitiv kaufen. Frage ist nur, wann. Und, äh, man kann's ja dann spielen und, ähm, wie gesagt, wenn ihr wollt, ich zeig auch gerne Videos dazu. Zwar werden die sehr, sehr viel Fail sein in der Zeit und ich werde da drin sehr wenig reden. Aber manchmal kommt's ja auch drauf an, wie, äh, spannend das Match ist. Werden wir denn mal ein Match finden? Aber wir können ja nochmal stöbern. Wahrscheinlich passiert genau dann irgendwas. Oh, Lootbox hab ich ja gar keine. Äh, die Heldengalerie. Wir gucken mal noch die Lieferposen an. Oh, oh. Das ist süß. Sitzend. Oh, das ist auch süß. Oh. Ja, viel konnten wir nicht angucken. Die Map kenne ich nicht, glaube ich. Oder? Kenn ich die? Ich glaube nicht. Es gibt eine Map, die ist ziemlich cool. Äh, ziemlich blöd. Oh, Symmetra. Okay. Platziert deinen Teleporter in gewährlichen Positionen, mit der er verleiht ein Verbindendeinschild. Platzieren kleine Energie in dem Gegner zu. Zwar machen wir mal, okay, mit kurzer Reichweite. Jo. Ja, fortfahren. Okay. Fracht aufhalten. Das ist, äh, eh schon verloren. Dann krieg ich auch noch so eine Heldengel, die ich gerade mal so zwei Minuten ausprobiert habe. Shit. Ah, Mann. Das ist echt schade. Oh, ne Kree. Ne Kree. Ne Kree. Oh, shit, ne? Okay. Okay. Hier stirbt keiner weg! Noch 60 Sekunden! Mist! Ja, aber es ist auch einfach kein anderer da. Sie sind alle jetzt gelieft, oder was? Das finde ich immer ein bisschen blöd. Wenn die Leute sehen, dass... Naja, egal. Was sollen wir dazu noch sagen? Oh ja, dann haben wir erstmal einen kleinen Faye gleich zum Anfang der Folge. Perfekt! Ich finde es nur immer schade, wenn... Oh, ist das echt gut, das Heiler? Oh, guck mal, der hat... Richtig... Der hat richtig reingewumst. Wow. Ähm... Heilung... Ah, komm. Einfache Sache! Machen wir ihn hoch! Einfach weil er mein Team war. Also keine Ahnung, aber ich krieg EP dafür. Dafür, dass ich einen Kill gemacht hab mit dem... Charakter, den ich noch nie zuvor gespielt hab. Sie mir geschrieben, naja... Habe ich Schaden gemacht. Aber ich finde das mit diesen, ähm... Medaillen ziemlich cool. Dass man so ein bisschen einschätzen kann, okay, war ich denn wirklich gut, oder war das eher so... Mäh. Warte auf jeden Fall... Möchte ich dann immer ein bisschen überwiegen. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Yeah! Hoffentlich sterbe ich nicht gleich am Anfang. Mä, Tracer ist schon ziemlich cool. Ich mag Tracer sehr. Ich glaub, wird auch... Ich werd so von jedem einen gut können. Und Tracer ist, glaub ich, in der Variante mein Giebling so ein bisschen. Ich mag auch ihren Style so ein bisschen. Ah... Schon... Ich glaub, das ist so typisch Frau. Man identifiziert sich mit Frauen, oder? Ich weiß auch nicht. Ich hab so das Gefühl, dass es so ist. Aber es ist ja auch in MMOs so. Ich spiel halt lieber Frauen als Männer. Heute sind wir alle Soldaten. Nee, ich bin eher... Ich dachte, ich darf Tracer spielen. Aber sie war Gold... Na gut, dann spiel ich Asin. Vielleicht krieg ich irgendwann Tracer. Hab ich jetzt grad schon so gefreut und ich bruch's zu Mut, ja. Hört auf und danke auch. Noch ein Soldier. Zum Mut, Frau. Okay, es ist gar nicht so schlecht. Ist das auch der Soldier? Nee. Ah nee, das ist der Reaper, ne? Ja. Ja, das ist der Reaper. Wer ist da vor der Tür? Ah, okay. Worauf warten wir noch? So total unheimlich. Ah, okay. Wir sind gerade in Angriff. So, wir sind da einfach auf den Anpunkt. Ah ja. Wir lassen mal die Dicken vor. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Andere. Beginnt. Nehmen Sie Zielpunkt A. Und wir hoffen, dass wir weit kommen. Ja, komm. Und den Anhalter. Okay. Der Sieber gewinnt. Einmal. Yay. Nehmen wir den Zielpunkt ein. Oh, genau. Geht bei mir in Position. Ja, komm. Kann mir jemand den Dienst da oben mitmachen? Danke. Danke schön. Ach ja, stimmt. Ich hab ne Heilung auf eh. Wir werden Feuer und Lachen. Eskortieren Sie die Fracht. Sie entziehen. Ah, okay. Die Fracht. Ja. Okay. Bringt die verdammte Fracht in Bewegung. Sonst weiß ich nicht, was ich noch hab. Ich hab eh die Heilung auf jeden Fall. Die kann ziemlich praktisch sein. Wir haben eigentlich schon ein paar gut gekriegt, ne? Also der Soldier ist auch auf jeden Fall ziemlich stark, wenn man gut mit ihm trifft. So gerade Kopf gegen ist ziemlich praktisch. Ah, okay. Ähm. Da braucht noch jemand Heilung? Da braucht noch jemand Heilung? Da braucht noch jemand Heilung? Okay. Ich gehe mal hier durch. Guck mal hier hinten rum. Einfach für Überraschungsende. Komm. Das hat super geklappt. Ja. Ich mag es. Äh, mag es, wenn man irgendwo rumlägt. Teleporter online. Das wird unsere Effizienz steigern. Ich räum hier auf. Ich räum hier auf. Das macht mir aber so ein bisschen Angst, wenn man so einen Spruch hat. Das macht mir aber so ein bisschen Angst, wenn man so einen Spruch hat. Das hat man definitiv getroffen. Und wir haben gewonnen. Das ist cool. Kurze Runde. Super knackig. Gut. Chancen mit den Helden gehabt. Guck mal. Er hat einen anderen farbigen Soldier. Highlight des Spiels. Oh. Der kriegt das Highlight. Wie gemein. Ich hätte gerne das Highlight gehabt. Aber okay. Ich habe nur mit den normalen Schüsse geschossen. Mhhh. Na komm. Soldiers müssen zusammenhalten. Also gut. Mach ich. Das war cool. Den könnt ihr mich gerne wieder zusammeln. Gut. Wir können... Ich denke wir spielen noch einmal. Dann können wir auch eine neue Box wahrscheinlich aufmachen. Oder ich mache das in die nächste Folge. Ah ne. Komm. Machen noch einen Match drauf. Ich weiß gar nicht wie lange die Folge ist bis jetzt. Deswegen machen wir einfach noch eins drauf. Ähm. Ah. Sucht ein neues Match. Oh schade. Ich hätte gerne nochmal mit denen zusammengespielt. Gut. Dann gehen wir nochmal in die Heldengalade. Wir gucken mal Symmetra an. Okay. Klatschen. Ah. Zu ihren Arsch sagt keiner was. Aber den von... Von äh... Dingens wird was gesagt. Bei Tracer. Emotes. Hat nur was viel engeres an. Ah das ist cool. Das ist ziemlich cool. Wie krieg ich halt auch noch was? Eigentlich diese Währung. Ich weiß das gar nicht. Keine Ahnung. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Cheers love. Dir tut ein Timeout sicher gut. Gleich wieder da. Gleich wieder da. Ach Menno. Hahaha. Ah wie cool das einfach ist. Oh. Oh. Watchpoint ist ein scheiß Map. Frag ich überhaupt nicht. Wechseln Sie die Verteidigungsstellung. Er soll wahrscheinlich best drin spielen oder? Keine Ahnung. Er hat geleuchtet. Wenn euch keine Ahnung. Wenn jetzt wieder was anderes rauskommt. Steht hier. Wechseln die Waffenkonfiguration. Okay. Muss ich mir merken. E selbst reparieren. Konfiguration. Aufklärer. Das wird schwer. Ich hab am besten noch nicht gespielt, wenn ich die jetzt echt kriege. Ah. Symmetra. Noch schlimmer. Noch schlimmer. Wir sind schon wieder ein bisschen im Match, oder? Wir sind der Stoff aus dem die Helden sind. Doch nicht. Verbrechend. Weiß nicht wo ich das anbringen soll. Am besten. Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Selbstschussanlage eingerichtet. Ein bisschen näherer mal. Hm. Selbstschussanlage bereit. Hier so ein bisschen in da drin, ne? Egal. Okay. Dann kann ich nicht anrein. Fünf. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angreifer nähern sich. Halten Sie die Fracht auf. Sie sind getroffen. Ich bin so schlecht mit ihr einfach. Ich hab gar keine Ahnung. Ich find ja ihre Attacke so super lahm, ne? Es ist so richtig anstrengend. Ähm. Wem hoffe ich, dass hier was anders bin? Okay, Widow. Widowmaker? Widowmaker ist cool. Ich kann mir eine Abschussstation suchen. Oh, das war falsch. Okay. Ich muss mich erstmal auf der Map zurechtfinden. Das wird eher das Problem. Die Feinde von Talon werden fallen. Achtung! Frommelfeuer! Soldier 76. Bereit zum Einsatz. Erreicht. Dr. Murphy in Bereitschaft. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Ich bin so schnell! Fuck! Ah, und ich hätte vor allem einen Q fertig gehabt. Ah, meine Ulti. Hab ich jetzt gerade erst gesehen. Shit, ey. Ich hatte halt vorhin einfach... Gemeinsam sind wir stark. Ach, du Kacke. Oh, Mann. Ich glaube, Angriff ist gar nicht so schlimm. Aber verteidigen ist halt immer das Schwere. Ja. Fuck. Nee. Ist das so schrecklich. Ah, der war da oben drauf. Wow. Oh, nein! Wir müssen doch noch hier durch, oder? Ja, wir müssen hier auf jeden Fall durch. Ich geh da oben hoch und stell mich um die Ecke. Ich geh da oben hoch und stell mich um die Ecke. Ah, fuck! Oh, Mann! Wieso? Diese... Das sind ganz unverräumt. Ich bin nicht mehr. Was geht? Ich habe den Chimper mal erreicht. Fühlt ihr die Liebe? Ich habe den Chimper mal verstanden. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr froh, Mann. Mit dem Chimper hat er mir das nicht mehr so schrecklich ist. Die müssen jetzt einmal sterben. Ah, damit die andere Helden kriegen. Ah, ja. Fuck, ey. Ja, ey, ich... Wow, was für ein Feig. Erste Runde war so gut. Und dann... Ja, dann der auch. Mit seinen... Ich schieße nicht daneben, weil... Jetzt haben wir gewonnen, ne? Ja. Schüttter! Schüttter, schüttter, schüttter. Ja, scheiß! Ja, mit diesen zwei... Highlight des Spiels. Ja, fuck. Ich hab dich im Visier. Oh, ich schüttter mich. Oh, ich schüttter mich. Ich bin dahinter noch. Oh, und auch ihn noch? Ach nee, hat er nicht gemacht, oder? Äh. Hm. Beim Raw ist es halt... Es ist definitiv unfair, deswegen mach ich einfach... Und wir machen auf jeden Fall Match for Love an. Und wir haben ne Lootbox, und die packen wir auch noch aus. Ich glaube, das ist immer so das Highlight. Wir packen ne Lootbox aus. Wenn ihm irgendwie nix gutes zu sein scheint. Und drei blaue. Obwohl, vielleicht doch ganz cool. Oh, ein Skin! Cool! Und für sie auch ein Skin in Gelb. Oh, wieso nicht? Zwei Skins. Wie cool. Alle Helden. Währung. Ah, okay. Ach so, kriegt man diese Währung. Kann man sich für 50 auch irgendwas holen? Ach, und sie hat das eine Spray. Aber das finde ich nicht so cool. Ah, die Skin... Die kosten nur 25. Du kannst dich voll und ganz auf mich verlassen. Ah, und die kosten 25. Dann könnte man sich ein... Fünf... Die kosten einiges. Okay. Na gut. Aber ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Overwatch. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.